Ja, meine Freunde, servus miteinander. Ich hoffe, ihr habt den Okugawa-Hype so gestern überstanden. YouTube, Daumen nach oben Rekord, hat das Video gestern gebrochen. Woher dieser Hype kommt, wieso diese Geschichte auch für uns, auch für mich so speziell ist, dass er kommt, da möchte ich heute nochmal ein bisschen Erklärung reinbringen, weil viele davon, viele von euch werden den Kanal gar nicht gekannt haben, wo das Ganze losging mit Okugawa. Da möchte ich einfach ein bisschen ausholen. Dann haben wir noch Demirovic, der bei der Eintracht aus Frankfurt im Gespräch ist. 15 Millionen sollen da mittlerweile rumkursieren als Ablöse. Das wird ein Thema sein und wir werden auch noch kurz über Kelvin Yeboah sprechen. Tolles Bild hat er da gepostet mit Toni Yeboah, den man ja aus der Bundesliga kennt. Wie geht es hier weiter? Das soll auch noch Thema sein und natürlich auch die Testspiele. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt rein. Daumen hoch, wäre super und let's go! Ja, viele sind wohl verwundert. Wie kann man sich so freuen über einen Spieler von Arminia Bielefeld, der gerade abgestiegen ist. 207 Daumen nach oben hat es geknackt, das Video. Das ist Rekord. Ich habe noch nie ein Video gehabt, das 200 Likes hatte. Woher kommt dieser unfassbare Hype über diesen Spieler? Das hat einfach so eine längere Geschichte hier. Da kamen ja auch so lustige Kommentare wie, Dennis, du hast deinen ersten Spieler geholt nach Augsburg etc. Fand ich auch sehr lustig. Vielleicht auch schon ein bisschen zu viel des Guten. Aber ja, es ist ja kein Geheimnis, dass dieser Kanal registriert wurde, auch vom FC Augsburg, von den Spielern. Die wissen sehr wohl, was wir hier auch machen und das ist auch eine tolle Sache. Und man hilft denen ja auch irgendwo im Scouting, wenn wir hier so Scout-Videos machen. Aber wie ging das Ganze los? Ich habe den YouTube-Kanal damals gestartet und der Name Okugawa wurde auch bei mir auf YouTube immer wieder vorgeschlagen von euch. Hey, mach mal ein Video zu ihm, auch aus der Community. Das ist ein Spieler, der könnte uns helfen. Ich hatte den auch vor gefühlt zwei, drei Jahren schon auf dem Zettel, dass das ein Spieler wäre, so ein Yatschei Kuh. Okugawa, der hat bei uns so gut funktioniert. Okugawa ist auch so ein ähnlicher Spielertyp, der uns einfach fehlt als Bindeglied zwischen Abwehr, Mittelfeld und Sturm. Der da zwischen den Linien die Bälle holt, einfach quirlig ist, so einfach, was das ein bisschen abgeht. Das ist genau der Stil gewesen und wir haben dann wirklich überall, hat man nur noch Okugawa gelesen. Das war im letzten Sommer eine unglaubliche Geschichte. Okugawa, hier Okugawa, da so ein Nachspielen vom FC Augsburg. Also auf den PKs, kann ich mich noch erinnern, stand da drin, wo noch Transferphase war, bis 1. September. Stand auch immer wieder Okugawa hier, Okugawa da. Jetzt ist das Licht ausgegangen, nicht schlimm. Können wir da was machen? Ihr habt überall rumgespammt diesen Namen. Bei jedem Videowunschspieler, mein Wunschspiel ist Okugawa. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sehr wohl wir einen Teil dazu beigetragen haben, dass er kommt. Und ich habe jetzt ironischerweise ja noch dann zu dieser Geschichte ein Video gemacht, vor knapp einer Woche, wo er auch nochmal erwähnt wurde. Da war ja der Hype eigentlich schon weg von uns, weil wir einfach gar nicht mehr geglaubt haben, dass wir ihn holen. Dann habe ich das aber registriert, dass er ablösefrei ist und dann natürlich sofort wieder ein Video gemacht, dass man sich da bitte nochmal bemühen sollte. Und jetzt ist es passiert. Und jetzt ist es passiert und man hat einfach, glaube ich, dieses Gefühl, dass das ein Fantransfer ist. Dass der Verein registriert hat, die wollen ihn unbedingt und wir sind auch wirklich mega happy, dass es passiert ist. Das ist mein allererster. Ich glaube, darum ist dieser Hype hier so extrem groß gewesen. Und dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir haben zusammen was getan im Forums. Überall hat man das gelesen und jetzt ist er wirklich da. Man hat ja schon im letzten Winter probiert dann tatsächlich, weil ich glaube, den Namen konntest du gar nicht nicht registrieren beim FC Augsburg, dass wir den wollen. Und jetzt ist es tatsächlich passiert und darum sind wir aktuell so glücklich. Ist er wirklich so gut? Er ist ein Spieler, der uns fehlt. Auf einem gewissen Niveau ist Fußball auch so wie ein Schachbrett. Du brauchst einfach gewisse Spielertypen, um gewisse Sachen zu spielen. Dass uns so ein kreativer Spieler, der quirlig ist, der auch auf der 10-Spiel kann, einfach gefehlt hat jetzt die Jahre. Das ist Fakt. Er ist so ein Spielertyp. Wie gut er dann ist, das werden wir sehen. Er ist definitiv jemand, der uns helfen wird. Also er kann etwas, er kann auch Spiele allein mal entscheiden. Aus dem Nichts, die er eine Szene geben, wo es so ein bisschen einfach in seinem Skillset steht. Mert Kümmel könnte auch in der Zukunft da auch jemand werden, der das vielleicht drauf hat. Auch ein Mboku-Nathanell kann das. Okugawa hat gerade auch auf Rechtsaußen sehr gute Stats dieses Jahr gehabt. Hat, glaube ich, in 10 Spielen auf Rechtsaußen 7 Assists, 2 Tore oder 6 Assists, 2 Tore. Der kann also auch auf dem Flügel sehr gut spielen, aber auch als Zehner. Also einfach ein Spieler, der uns so Typos fehlt. Und das macht das Ganze so Spalle. Es ist einfach ein schlauer Transfer. Das ist genauso wie der rechte Schienenverteidiger mit Offensivdrang, den wir uns lange wünschen. Der fehlt uns auch. Da könnte es auch einen ähnlichen Hype geben, wenn da wirklich mal eine Granate kommt. Weil das ein Herzenswunsch. Der Fans ist auf dieser Position was zu tun. Gerade so ein bisschen einen asiatischen Spieler und halt die Geschichte dazu, dass wir den unbedingt hier auch wollten auf dem Kanal, außerhalb des Kanals. Das war wirklich fast schon übertrieben. Also nach Spielen vom FC Augsburg, sogar da habe ich da Kommentar gelesen, denkt mal über einen Okugawa nach. Die ersten fünf Spiele, wo wir mit Dreierkette gespielt haben, wo nach vorne nichts ging, da hat man einfach nach Spielen Okugawa gefordert. Er war, die Fans sind ja fast schon durchgedreht. Und darum ist das so eine tolle Geschichte, dass er jetzt augenscheinlich ja kommt. Es ist jetzt noch nicht so unterschrieben, aber über 90 Prozent ist es durch. Auch sehr spannend, unser neuer Sponsor Mitzuno kommt ja aus Japan. Vielleicht hat er hier natürlich auch mit Überzeugungskraft geliefert, dass Okugawa sich am Ende für Augsburg entscheidet. Das ist ja auch voll in ihrem Sinne, dass hier ein japanischer Spieler spielt. Und Sugawara ist ja eigentlich so unser absoluter Wunschschienenspieler. Und der kam ja auch schon in den Kommentaren. Ist auch Japaner. Eingewöhnungszeit würde Okugawa mal ein bisschen leichter machen. Sugawara würde Geld kosten. Wir kriegen jetzt aber scheinbar auch ordentlich Geld durch den PP-Transfer schon mal. Weil, nur mal so, ne, Sugawara ist jetzt nicht Favorit oder so. Da sind noch andere Namen gehandelt. Aber, ja, man kann auf jeden Fall da ein bisschen Sachen reininterpretieren. Vielleicht ist unser Sponsor hier auch schon mit involviert irgendwo, ne. Also viel Raum für Spekulationen. Dann kommen wir, also jetzt, ich glaube, ich habe es ein bisschen erklärt, woher der Hype ist. Tut von den Jungen jetzt auch kein Wunder Dinge erwarten. Er könnte, wie gesagt, das Bindeglied einfach werden, wo uns so ein bisschen gefehlt hat. Gerade im Kreativbereich waren wir einfach die schlechteste Mannschaft der Liga. Das hat man ja auch gesehen bei meiner Saisonanalyse. Da ging nahezu gar nichts. Viel zu wenig Abschlüsse. Viel zu wenig, einfach alles nach vorne war. Einfach zu wenig. Und Okugawa wird uns da helfen, da einen Step nach vorne zu machen. Gerade auch, er ist sehr variabel einsetzbar. Er nur maßend spielt da ja immer viel rum. Okugawa kannst du ja kaum falsch einsetzen, weil er einfach links, rechts, außen und zehner spielen kann. Solange er ihn nicht als Mittelstürmer, als Neuner bringt, ist alles gut. So ein kleiner Spaß nur beiseite. Genau. Also deswegen freuen wir uns hier so extrem. Und danke euch für die ganzen Daumen hoch. Das ist einfach so eine Geschichte, glaube ich, wo dann klar war, dass hier der Kanalrekord auch gebrochen wird in dieser Hinsicht. Also auch für Masai Okugawa, falls er es sieht. Wir freuen uns, dass du da bist. Ich glaube, das ist angekommen und ist doch schön für die Jungen auch, wenn sich die Fans und Zuschauer so freuen, wenn ein Spieler kommt. Und er selber ist da vielleicht sogar ein bisschen überrumpelt, wenn er da die Welle dann sieht, wo an Freude von uns. Genau. Dann kommen wir zu Demirovic. Habe ich viele Nachrichten dann auch bekommen, weil gestern scheinbar die Bild geschrieben hat. Frankfurt ist immer noch heiß. Das ist ja kein Geheimnis, dass Krösche ihn schon wollte. Jetzt scheinbar ist man bereit, um die 15 Millionen eventuell zu zahlen. Man schätzt seine Vielseitigkeit, seinen Typ, einfach Spieler, welcher er ist. Man wollte ihn damals scheinbar schon von Freiburg rüberholen. Jetzt kann ja sein, dass Colomuani unfassbar viel Geld einspielt, sehr wahrscheinlich sogar. Und dann Frankfurt natürlich hier auch finanziell gar nicht so schlecht aufgestellt ist. Auch mit den Champions League-Millionen etc. haben Gehälter auch ein bisschen freigeschaufelt, weil einige Spieler ja den Verein auch so ablösefrei verlassen haben. Frankfurt könnte auf jeden Fall hier uns eine ordentliche Summe überweisen, wenn sie von Demirovic extrem überzeugt sind. Jetzt ist halt die Sache, ich bin hier sehr entspannt. Ich kenne Demirovic's Gedankengänge. Er ist sehr glücklich in Augsburg, ist hier endlich ein Führungsspieler geworden. Er ist enorm angekommen, fühlt sich extrem heimisch bei uns. All diese Aspekte sprechen für ihn. Aber man hört bei ihm schon raus, dass seine eigene Ambition auch ist, europäisch zu spielen. Also am Ende der Saison, nach dem Glattdorfspiel, hat er gesagt, er will wieder voll attackieren und hat sogar das Wort ja irgendwo Europa League, Conference League erwähnt. Was ich dann schon ein bisschen too much fand, weil die Saison von uns wirklich überhaupt nicht gut war. Und da jetzt von Europa zu reden, fand ich ein bisschen zu viel. Aber scheinbar ist es in ihm drinnen, diesen Wunsch zu haben, einfach eine gute Saison zu spielen, was ich ja komplett verstehe. Bei Frankfurt hat er da auf jeden Fall in der Hinsicht eine größere Chance. Da müssen wir ehrlich sein, das ist einfach nur realistisch, wenn er so denkt. Aber er hat auch sehr klar im Profil gesagt, auf seinem Instagram-Tweet, glaube ich, war es, dass er voll attackieren will nächstes Jahr wieder und einfach eine gute Saison bei uns mit uns spielen will. Und er als Führungsspieler ja auch da gefragt ist. Also er hat sich eigentlich klar positioniert da. Aber das Frankfurt-Interesse könnte halt enorm ernst werden. Und wenn Summen fließen um die 15 Millionen plus minus und Krösche unbedingt will, kann natürlich sein, dass man da als Verein dann auch schwach wird irgendwann. Irgendwann ist es ja ein Interesse von Verein und Spieler, wo man dann halt abwägen muss, hat das Sinn, das zu machen. Das ist schon enorm viel Geld. Also muss man auch ehrlich sein, man muss auch das Geschäft so respektieren, wie es ist. Und ja, man kennt es halt einfach. Es kann eine Dynamik annehmen. Bis zum 1. September ist hier offen. Wenn Frankfurt uns eine Summe bietet, wo wir einfach nicht mehr Nein sagen können, werden wir uns damit einfach auch beschäftigen müssen. Und dann müssen wir auch frühzeitig schon mal scouten, einen Plan B oder 10 zu haben, falls es hier wirklich zum Wechsel kommt. Stand jetzt glaube ich das aber nicht. Also ich glaube es irgendwie nicht. Demi hat ordentlich Restvertrag. Weiß eigentlich auch hier, was er dran hat. Und die Gefahr in Frankfurt dann doch wieder in so eine Rotationrolle, Joker-Rolle zu kommen, das ist ihm, glaube ich, auch völlig bewusst. Lukas Alario soll dort halt den Verein verlassen. Diese Rolle soll er übernehmen. Man weiß halt einfach nicht, was Frankfurt noch so offensiv auf dem Markt dann wirklich am Ende tut. Und wie der Kader ausschaut. Und wie dann Demirovic Chancen wirklich stehen, Stammspieler zu werden dort. Also falls es dazu kommt. Für mich spricht ja einfach vieles eher noch dagegen. Aber ich kenne das Geschäft. Ich kenne das Geschäft. Und das sind einfach Summen, wo man auch bei Augsburg dann auch schon nachdenken muss. Einfach, es ist einfach so. Naja, schauen wir mal. Stand jetzt glaube ich, dass Demi Nix ja bei uns im Sturm ist. Auch hier noch ein ganz nettes Screenshot. Habe ich schon auf Instagram gestern auch gepostet. Ach, der Kelvin, ich war ja öfters beim öffentlichen Training oder bin es auch, ist ein ganz spezieller Typ Mensch vor allem. Also den schließt man sofort ins Herz. Das fand ich ganz außergewöhnlich. Ich hatte bei ihm schon nach zwei, drei Trainings das Gefühl, dass der bei uns schon Jahre im Kader ist. Unglaublich beliebt in der Mannschaft. Mega cool einfach. Ein toller Mensch. So muss man das sehen. Und das tut einem dann schon weh, wenn man dann so oft so nah an der Mannschaft ist, man im Training ist und weiß, er könnte nicht mehr da sein. Ich glaube, auch in ihm steckt so viel mehr. Es war bitter, dass er sich da in diesem Testspiel verletzt hat. Er hat ja auch einen richtig starken Assist gegen Gladbach da gemacht. Er hat auch Akzente gezeigt, dass er uns helfen kann. Nur ist halt einfach diese Ablöse von sechs Millionen rum sehr hoch. Und es ist momentan sehr unwahrscheinlich, dass wir die ziehen. Vielleicht wird hier auch noch etwas passieren, dass man sich noch auf ein Jahr Laie oder was weiß ich einigen kann. Ich finde es trotzdem extrem schade, weil jetzt geht ja gleich wieder öffentliches Training und so los. Wenn ich bedenke, dass er fehlen wird, menschlich ein großer Verlust. Und auch als Spieler glaube ich, dass der Junge viel mehr Potenzial hat, als er noch gezeigt hat. Und uns immer noch sehr helfen könnte. Aber ja, diese Summe ist einfach sehr hoch. Dann stand Jens Richts leider auf Trennung. Aber dieses Bild riecht jetzt zum Beispiel nach einer Verbundenheit zu Augsburg von Kelvin. Vielleicht weiß er auch mehr, als wir wissen. Also ich hätte eine Riesenfreude, wenn der am Ende noch bei uns bleibt. Nur einfach mal dazu noch mal ein paar Worte. Und dann werde ich jetzt mal ein bisschen aufs Handy hier gucken. Testspiele stehen fest. Sehr coole Gegner. Das Spiel gegen Ajax ist ja schon klar. Am 29. war das, glaube ich. Und jetzt haben wir ja hier erstes Spiel der Rosenau gegen Türkspor. 19 Uhr am 11. Juli geht ja schon bald los, Leute. Es ist ja heute schon zwei Wochen plus, drei Wochen mega. Also mega. Und dann 15. Juli Besiktasch in Kufstein. Dann haben wir am 18. Juli gegen Kufstein FC in Schladming. Da ist unser Trainingslager. 22. Juli gegen die PSW Eindhoven müsste das sein. Da könnte ja eventuell Pipi auch unser Gegner sein. Was für eine Geschichte. Hat das vielleicht auch schon ein bisschen was mit dem Transfer zu tun. Nun ja. Und dann auch gegen Ajax noch. Unfassbar geiler Gegner. Und an diesem Tag, wo wir gegen Ajax halt spielen, spielt man noch am Vormittag gegen Jan Regensburg. Also lauter coole Gegner, wie ich finde. Fußball geht bald wieder los. Zu dem Spielen wird es von mir auch immer eine Analyse geben. Es wird immer darauf ankommen, wann. Vielleicht auch erst einen Tag später. Weil ich habe im Juli auch sehr viel privat zu tun. Auch Urlaub etc. Aber natürlich gibt es auch zu jedem Spiel dann auch Content. Und jo. Wir können uns einfach freuen, dass es losgeht. Und ich ahne noch sehr viele Entwicklungen auf dem Markt, auf dem Transfermarkt. Und dass noch einiges passieren kann. Wir werden einfach sehen. Bleibt entspannt, Leute. Momentan machen wir sehr schlaue Transfer finanziell. Und auch bei einem Demirovic-Gerücht. Wenn Frankfurt den wirklich will, dann werden die wirklich auch sehr viel Geld zahlen müssen. Und am Ende würde auch dann was für uns zum Beispiel rausspringen. Das ist nun mal so im Fußball, dass keiner unverkäuflich ist. Auch wenn Demirovic natürlich ein unglaublich gutes Standing hier bei den Fans hat. Seine Mentalität geschätzt wird. Für mich riecht es trotzdem danach, dass er bleibt. Für mich ist das irgendwie... Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass er jetzt geht nach dem Jahr schon. Genau. In diesem Sinne. Euer Dennis. Daumen hoch. Wäre super. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und bis bald. Und vielen Dank für das neue Kanalmitglied. Roland Lindner stößt neu dazu. Dankeschön, Leute, für euren aktiven Support. Gerade die Leute, die hier auch mehrere Monate schon verlängern. Auch für die super Chats hier, die reinkamen. Mega, mega, mega. Allgemein super Support. Über diese Sommerpause. Wir geben weiter Gas. Und auf geht's Augsburg.